Warum weint er denn? Hier duftet es doch richtig gut eigentlich. Ach guck mal, der will abhauen. Der kriegt erstmal einen Kick ins Genick. So, das passt dann soweit. Der geht an den Spielautomaten. Sehr gut, 120 Flocken. Die haut auch einfach ab. Ja, ich bin ja kein Freund von Gewalt, aber zahlen müssen die schon, ne? Wir zahlen müssen die schon. Oh, Trinket, dankeschön. So, nehmen wir auch nochmal mit. Wir machen hier ein bisschen Duftigkeit rein. Und ich habe echt ein finanzielles Problem gerade. Wie viel haben wir denn? Wir haben 2700. Naja, das geht schon, ne? Also eigentlich nicht schlecht. Soll ich mal schlafen gehen zwischendurch? Und mal gucken, ob der Bitcoin-Kurs sich erholt hat. Könnte vielleicht funktionieren. So. Was kostet denn überhaupt ein Tisch? Lasst uns das auch nochmal gucken. Ähm, Internet. So. Sammertor. Warte mal, hier ist jetzt wieder irgendwas. Ne, hier war nix. Okay, ich mache das mal nach oben. Ähm, einen Tisch wollte ich kaufen. Genau, einen Tisch wollte ich kaufen. Was haben wir denn da? Also wir haben natürlich Stühle. Die Gaming-Stühle kosten 1600, die ganz teuren. Ja, okay, verstehe. Das ist natürlich eine Menge Holz, ne? 1600 können wir keine vier Stühle verkaufen. Das ist, das ist, äh, das ist nicht möglich. Okay, was sagen denn die Tische? Vielleicht sind die ein bisschen günstiger. Alter, der sieht fett aus, ne? Aber der hat keine Fünf-Sterne-Bewertung. Haben wir hier irgendwas mit Fünf-Sterne? Also der hätte Fünf-Sterne. Der hat auch Fünf-Sterne. Der, der, den finde ich gut. Der kostet nur 880. 799. Der hat auch Fünf-Sterne. Aber ich glaube, wir nehmen den Gamer-Table, oder? Pro-Gamer-Table. Hm. Was ist das denn? Der kostet ja 1.000? Nee, der Gamer-Table machen wir so nicht. So, ich glaube, wir nehmen tatsächlich diesen hier, oder? Mit Rot. Dafür brauchst du bestimmt größeren Raum. Meinst du? Was kostet das denn hier? 1, 2, 3, 4. Kostet insgesamt. Lass mal gucken. Lass mal die Anfrage machen. So. Huch, jetzt ist es weg. Oh, scheiße. Ich sehe das Ding nicht, weil die Sprühflasche im Weg ist. So. Was haben wir denn hier? 3.000 Flocken. Könnte ich mir la... Ich habe es bestellt jetzt. Komm. Ich habe es einfach bestellt. Scheiß drauf. Wir müssen Kohle machen. Wir müssen Kohle machen. Hallo, Vongi. Einfach doch schönen guten Morgen. Hallo. Und hallo, Nilli. Was ist los, Nilli? Nilli ist eingeschlafen auf dem Handy. Die Sabba tippt ins Smartphone. So. Hier nochmal was mitnehmen. Dankeschön. Hier ist noch einer. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, super geht es uns. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sorry, mein Kater ist über die Tastatur gelaufen. Was ehrlich? Lull. So. Gib her die Kohle. Okay, also wir sind schon wieder ein bisschen flüssig. Jetzt geht es natürlich los, ne? Tische austauschen ist halt so ein Ding. Tische austauschen ist natürlich so ein Ding. Ah, das Kamel ist schon da. Wie sie einfach rausrennen, ne? Als ob das keiner mitkriegt. Ah, okay. So, der geht da hinten arbeiten. Also, wir nehmen mal den ersten Tisch weg. Alter, die Mäuse fehlen hier auch noch. Ich habe hier noch gar keine Luxusmäuse. Jetzt haben wir hier einen super Tisch, aber super veraltete Mäuse, oder was? Das hat mich auch nicht so gut. So, wir nehmen erst mal den ein. So, kann ich das auch ins Inventar packen? Sehr gut. So, lass mich mal durch. Ja, ich weiß, ihr wollt alle am PC. Kann ich... Alter, der ist wirklich groß, ne? Der ist wirklich sehr groß. Uff, was für ein Table. Aber müsste passen, ne? Ah, der ist... Ich glaube, der ist gar nicht viel größer als die anderen. Guckt euch das an. Ist es nicht herzallerliebst? Ja, ich muss mal hier freischalten nebenbei. Ansonsten verdient man natürlich auch nix. So. Sehr gut, die sind freigeschaltet. Der Monitor kommt jetzt nochmal drauf. Also, so... Also, das... Also, ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Warte mal, der ist ein bisschen zu nah dran gestellt. So, die Maus nochmal hin. Das ist ein Linkshänder-Tisch, weißt du? Man muss natürlich für alle... Für alle, ähm... Leute muss man natürlich das passende Zeug da haben. Okay, alles klar. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Ihr könnt vorne gerne Trinkgeld reinschmeißen. Da. Hallo. Ah. Laufen Sie einfach weg. Ich mach mal ein bisschen Sprühigkeit. So, die Dose ist jetzt natürlich auch leer, ne? Hm. Was ist mit der Dose? Die ist auch fast leer. Ach, Mensch. Das ist ein Zeichen, dass wir gleich schlafen gehen müssen. Ich verkaufe mal hier kurz das ganze Gerümpel. Ist sowieso nix los im Laden gerade, weißt du? Der wollte euch auch mal grüßen, der Kater. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Zack, zack, zack. Sehr gut, ey. Für den Tisch haben wir noch 200 Flocken bekommen. Richtig gut. Pass auf Arbeit. Hallo. Der Stuhl ist einfach perfekt zum Gaming-Tisch, oder? Ja, naja, gut. Die Stühle müssen wir natürlich auch tauschen, ne? Das ist natürlich... Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir haben halt leider nix anderes. Wir können auf jeden Fall schon mal, ähm... Ich hoffe, einen Tisch wieder austauschen. Lass mal reinschauen. Da sitzt ihr dran. Aber hier zum Beispiel. Guck mal so. Ich lagere mal alles hier vorne. Das ist ja hier eigentlich unser Luxusgerät, ne? Hier ist ja alles sogar mit Mauspad, muss man ja sagen. Hier ist alles schon komplett hochgerüstet. Bis auf den Stuhl und den Tisch. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, danke. Ja, ja. Ich nehme das. Ich nehme das gerne. Was ist hier los? Blackpanzer, Digga. Was ist denn los? Warum schaust du den NPCs dauernd auf den Hintern? Ja, das ist natürlich, äh... Ich mag das gerne. NPCs auf Hintergucken ist natürlich... Ich bin auch großer, ähm... Warte mal. Hentai-Fan. Hentai-Tentacke zum Beispiel ist natürlich richtig nice, ne? Umso mehr Arme, umso besser. So. Okay. Dann stellen wir hier mal den neuen Gamer-Tisch hin. Okay, Blackpanzer. Vielen, vielen Dank. Ey, nicht, dass du dich übernimmst. Du hast so viele Subs schon wieder rausgehauen. Junge. Dankeschön, mein Lieber. Gaming-PC. Ah, vielleicht doch auf die andere Seite stellen, weißt du? Weil die Maus muss da hin. Das Maus-Pad haben wir ja auch noch. Also wir haben hier schon ordentlich hochwertige Ausstattung. So. Maus-Pad. Das Waifu. Digga. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Das Waifu-Maus-Pad und die Maus. Okay, alles gleich. Jetzt muss ich hier aber, glaube ich, auch... Ne, freischalten muss ich nichts. Alles gut. Die sind schon alle geflüchtet. Die sind schon alle weggelaufen. So, wieder 120. Also hinten, diese Automaten sind natürlich bombastisch, ne? Die sind Granate. Muss man wirklich so sagen. So, die Sprühflasche ist auch fast leer. Wir nehmen jetzt den nächsten Tisch. Die wird bezahlen, hoffentlich. Neo! Neo, vielen, vielen Dank auch für deinen epischen, epischen Resub. Was ist denn los? Die ganzen Subs aufgelaufen, oder was? Dankeschön, Leute. Sehr, sehr freundlich. Vielen Dank für die ewige Treue. 35 Monate. 35 Monate. Wow! Digga, dankeschön. Das ist eine lange, 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 lange Zeit. Die Automaten bringen es immer. Ist wirklich so, ne? Die Automaten bringen so viel Kohle. Also, wenn ihr euer eigenes Internetcafé aufmacht. Vielleicht auch direkt eine Spielothek aufmachen, oder so. Also, Automaten sind da wirklich... Ah, der Stuhl ist hier noch ein bisschen im Weg. Automaten sind immer krass geil. So, warte mal. Lassen wir hier... Nee, will nichts freigeschaltet werden. Ey, wenn ich so zu Hause mit meinem PC umgehen würde, ne? Einfach mal hier alles mal kurz in die Ecke werfen und so. Ei, 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 ei. Das gehört sich natürlich nicht, ne? So. Warte mal. Zack, der kommt da hin. Dann die schöne Gaming-Tastatur. Woher ist denn die? Ah, die, Alter, wir müssen neue Mäuse kaufen, Freunde. Wir müssen unbedingt neue Mäuse kaufen. So. Stuhl dran. Das müsste jetzt passen, glaube ich, ne? Glaube, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass immer weniger Leute kommen, weil wir immer teurer werden, oder? Ich weiß nicht. So, einen alten Tisch haben wir hier hinten noch versteckt. Hm. Ich gehe mal wieder ein bisschen Trash verkaufen, ne? Ich glaube, ein neuer Feuerlöscher würde uns auch ganz gut tun. Aber ich weiß nicht. Ich mache nochmal hier alles leer. Ah, fuck. Ich muss freischalten, natürlich. So. Hier einmal freigeschaltet. Setzen die sich jetzt auch. Jetzt wird es voll. Jetzt muss ich nochmal kurz hierbleiben. Einmal alles freischalten. Falls die sich an den PC setzen. Ja, guck mal. Sie setzt sich schon mal hin. Kann ich schon mal direkt freischalten. Wie cool haben wir denn? Ich würde am liebsten schlafen gehen. Ah, der hat aber nicht lange durchgehalten. Zumindest ist er eine ehrliche Haut, ne? Der kommt bezahlen direkt. 39 Flocken. Okay. Wir gehen einmal verticken. Und einen Tisch müssen wir noch austauschen. Danach kaufen wir neue Mäuse. Würde ich vorschlagen, ne? Drei Stück brauchen wir. So. Zack, zack, zack. Und ich kaufe mal nochmal neun Feuerlöscher, wenn wir schon mal hier sind. Weil ich glaube, im anderen war nicht mehr so viel drin. Ich hoffe, dass es nicht mehr brennt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht können auch die neuen PCs anfangen. So, so. Was ist denn hier, Alter? Übelst, der Laden hat der neu aufgemacht. So. Feuerlöscher hier einmal in die Nähe platzieren. Oh, 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 oh. Zack, freischalten, freischalten, freischalten. Okay, der ist fertig. Ich warte, bis der da hinten weg ist von diesem Tisch, ne? Da würde ich ja gerne... Den würde ich ja gerne nochmal austauschen. Habe ich jetzt irgendwas noch im Inventar? Ne, okay, alles klar. Also aufgeräumt haben wir... Hey, Schemi! Viel, viel Dank. Schlafen und Sprühdosen kaufen. Ja, ich weiß, ich weiß. Eine Sprühdose müsste ich hier noch irgendwo haben. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Wo habe ich die denn hingelegt? Oder habe ich die schon verkauft vorhin? So, warte mal, die müssen... Ey, setz dich jetzt nicht hinten hin! Nein! Lauf weiter, lauf weiter. Sehr gut. So, wir müssen jetzt natürlich den Tisch auch nochmal kurz austauschen. So. Alles einfach in die Ecke schmeißen hier. Warte mal, den können wir direkt in den Rucksack packen. So. Und den Stuhl auch nochmal hier hin. Und jetzt holen wir unseren letzten Tisch, Leute. Also ich muss wirklich sagen, es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben in unserer alten Cash-Hemme? Und mittlerweile übelst du die Luxustische. Ich glaube, ich brauche den Kaffee heute morgens. Intravenös. Warum? Bist du so müde? Ich bin heute auch gar nicht aus dem Bett gekommen, ne? Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Was haben wir hier? Der Rechner. So. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich relativ früh geschlafen. So um 0 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Aber trotzdem war ich heute richtig müde. Aber die Community hat mich heute geweckt, ne? Die hat mich lang gemacht. Oh nein, der Strom ist aus. Vielleicht ganz gut. Können wir erstmal hier so ein bisschen rumbasteln und vielleicht auch gleich schlafen gehen, ne? Und auch gleich schlafen gehen. Okay. Sieht eigentlich alles gut aus. Die PC ist da. Guckt euch das an. Ist es nicht geil? Wir brauchen neue Wandfarbe. Ich würde das jetzt gerne so in Rot halten. Wir haben ja eher so ein rotes Setting gewählt. Vielleicht sollten wir dann auch so in diesem roten Bereich bleiben, oder? Hm. So. Pass auf. Wir machen mal folgendes. Ich mach mal hier kurz. Ja. Alles klar. Der durchsucht mich. So, ich mach einmal zu. Ist natürlich doof, weil es regnet. Und bei Regen kommen natürlich die ganzen Kunden reingeströmt. Ja. Aber naja. Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Luke. Moin. Wenn du die Wand streichen willst, musst du PC und Automaten wegräumen, damit die streichen... Das ist nicht dein Ernst, Laune, Max. Nein. Muss man nicht machen, oder? Ich komme auf die Stühle nicht gleich. Ja. Machen wir, Maeve. Die Stühle räumen wir auch irgendwann nochmal weg. Ich finde die Stühle geil. So. Wie viel Kohle haben wir? Wir haben jetzt insgesamt 5000 Dollar. Das könnte eventuell reichen. Ich gehe mal schlafen. Wenn wir erreichen für die nächste Miete, die wir bezahlen müssen. Oder Stromkosten auf jeden Fall. Muss nochmal gucken. Einmal hoch, bitte. Alter, Laune, Max. Mach mich nicht fertig, ne? Mach mich nicht fertig. Aufwärts. Ja, drück. So, jetzt. Jetzt geht's los. Das wäre richtig hart, oder? So ein Gruppierungssystem wäre halt auch mega, dass man PCs, die auch nicht mehr so auf Tischen stehen, so in Summe verschieben kann, ohne alles einzeln aufräumen zu müssen, ne? Laden ist zu. Ich habe den Laden geschlossen. Ich habe, äh, die, äh, die Tür runtergemacht, ne? Die Garagentür habe ich runtergezogen. So, jetzt muss noch mal gucken, ey. Das könnte jetzt richtig, richtig teuer werden. Ich hoffe, der Bitcoin-Preis ist jetzt wieder ordentlich gestiegen, denn... Dann sind wir reich. Dann sind wir Milliardär, ne? So ungefähr, ne? So mehr dermäßig, wie man halt sein kann. So, geh mal runter. Ich bin gespannt. Ich hoffe, mir gleich mal Duftspray. Und ich weiß nicht, ob es rötliche Wände gibt. Ich gehe aber davon aus. Also, bevor wir hier die Rechnung bezahlen, holen wir jetzt mal Duftspray. So, eins, zwei, drei. Ein, also hier könnten wir natürlich auch mal sprühen, ne? Wenn ich freundlich wäre, würde ich hier bei ihm in der Bude auch sprühen. Hier stinkt es richtig, aber... Naja, kannst du nicht machen, ne? Warst du mal in der zweiten Etage? Ja, war ich schon. Ach, der hat eine neue Quest. Hallo, Freunde. Ich habe gehört, dass der Strom stattdurch abgeschaltet. Ja! Wenn du mir 200 Dollar gibst, werde ich diese Punks für dich bestechen. Und die werden den Strom nicht wieder abschalten. Oh, das ist gut. Keine Stromausfälle mehr. Wie geil wäre das denn? Ich weiß aber nicht, was man da machen konnte in der zweiten Etage, ne? Das weiß ich natürlich nicht. So, also das Stromproblem scheint schon mal gelöst zu sein. Das ist ganz gut eigentlich. Packen wir es mal hier hin. Wir machen mal an den Rechner. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, die Rechnung ist nicht so hoch. Ich hoffe, die Rechnung ist jetzt nicht so hoch. Oh, scheiße. Ich muss die Klimaanlage einstellen und das Licht anmachen. Dann darf ich die Vergessenung gleich, ne? Wir brauchen Money, Money, Money. Brauche ich wirklich. Ich mache mal auf hier. So, was sagt denn die Rechnung? 5000 Flocken haben wir hier liegen auf der Kante. Rechnungen, ja. Rechnungen ist... Oh, das geht aber. Das geht aber. Also, ich dachte, es ist schlimmer. Hallo, Zyankali. Moin, grüß dich. Wunderschön. So, lass mal kurz gucken. Krypto. Oh, 40.000. Wir verkaufen alles. Wir haben 20.000 Flocken, Leute. Wir sind reich. Oder sowas. Ähnliches, ne? Ich glaube, wir sind reich oder so. Ich mache mal hier die Klimaanlage einmal an. Auf Auto. Nah dran. Sehr gut. Und wir machen das Licht an. Licht ist an. Licht ist schon an. So. Wunderschön. Oh, jetzt kommen sie aber, ne? Jetzt überrennen die uns. Wir brauchen drei neue Mäuse. Ne? Wir brauchen drei neue... Ja. Wir brauchen drei neue Mäuse und neue Stühle. Ich glaube, es ist die Zeit, es reif, neue Stühle zu kaufen, Leute. Wir sollten es wirklich tun. Also. Wir nehmen so rötliche Stühle, wären ganz cool. Aber erst mal Mäuse. Äh. Äh. Schöne, teure, fette Mäuse. Ähm. Die hier zum Beispiel hat vier Sterne. Die hat viereinhalb Sterne. Nee, die hat fünf Sterne. Die hat auch fünf Sterne. Ähm. Ich nehme mal diese hier. Eins, zwei, drei. Wir müssen hier nebenbei noch freischalten, dass wir hier an unsere Kohle kommen. Dann brauchen wir neue Stühle. Maeve, wir holen Stühle jetzt. Der hier, ne? 1600 ist natürlich krass. Aber würde gut ins, äh, Inventar passen. Eins, zwei, drei, vier. Und, äh, Mauspads brauchen wir natürlich auch noch. Mauspads. Wo haben wir Mauspads? Es wird sehr teuer, ne? Es wird sehr, sehr, sehr teuer. Mauspads. Dann nehmen wir natürlich so fünf Sterne Mauspads. Äh, die hier. Die sind sehr schön, glaube ich. So. Eins, zwei, drei. Drei reichen erst mal. Ähm. Fernseher könnten wir kaufen. Mache ich aber erst mal nicht. Also, ich glaube, danach haben wir die PCs komplett abgegradet, ne? Was kostet uns der Spaß jetzt hier? 9000 Flocken. Ja, easy. 9000 Flocken haben wir zum Glück noch auf der hohen Kante. So, alles bestellt. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Nun musst du aber vorbeikommen und dein Geld da lassen, Maeve. Naja, aber erst mal müssen die neuen Stühle rein, ne? Erst mal müssen die neuen Stühle rein. So, sehr gut, sehr gut. Das läuft, ne? Die bleiben schön lang gesitzt. Der Stuhl ist unbequem. Ja, ich weiß. Der Stuhl ist echt unbequem. Aber das Kamee kommt ja gleich, ne? Wir haben vielleicht nochmal eine Sprühung machen hier. Boah, hier ist auch ein bisschen noch auf dem Kopf drauf. Ach, das duftet, ne? Oh, hab ich die jetzt verjagt? Ne, die ist noch da. Sehr schön. Der war nur am Spielautomaten. Ne, der... Ach, der wollte uns betrügen. Ach, um 300 Dollar. Ach, so, das passt alles. Die auch. Also, die Leute wollen uns hier alle bescheißen, hab ich das Gefühl, ne? Die Leute wollen uns hier alle bescheißen, hab ich das Gefühl. So, ist mein Kamel jetzt eigentlich da? Ja, guck dir das an. Schön hier, oder? Ne, Kamels. Da ist es. Oh, vom Kamel überrannt worden. So, Maus-Pent haben wir. Jiga, schreib mich doch an, du Kamel. So. Alter, fuck. Ne, die neuen Mäuse hab ich auch schon, ne? Ich nehm mal alles mit. Ich nehm mal alles mit. Ich werd mal hier draußen alles lagern. So, ich hoffe, die beklauen mich dann nicht hier. So. Erstmal die ganzen Stühle raus. Die müsst ihr nachher natürlich alle noch wegbringen. Das heißt auch, dass ich jetzt hier erstmal keine Leute ransetzen können. Ist für mich aber erstmal okay. So, Gaming-Share. So, da ist einer. Ein schöner Roter. Ist es nicht toll? So, dreh dich mal in die andere Richtung. Der ist nicht komplett. Da fehlt noch die Maus. Ist in Ordnung. Warte mal, die Mäuse schmeiß ich auch mal aus, ne? Also, die Maus. Die hier kommt weg. Du bist ja die Maus-Petzer auch noch. Oh Gott, ich glaub, ich hab die Katze erschlagen. Oder ist das ein Hund? So. Hier auch nochmal ein bisschen. Und das war's. So, dann machen wir jetzt. Was haben wir hier noch? Maus-Pets können wir machen. Aber die Stühle brauchen wir natürlich auch. Naja, tut mir leid, aber... Ich hab gerade keine... Lässt du mich in Ruhe hier, du kleiner... Kleiner Muffel. Mufflon. So, der wird zeitfleißig. Sehr schön, danke dafür. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Stuhl. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Jetzt wird's aber wirklich eng. Wer hat vorhin gesagt, dass das eng wird? Ihr habt recht, glaub ich. Ich glaube, ihr habt recht mit der Engigkeit. Okay, dann Maus-Pets brauchen wir jetzt. Das ist ein Maus. Das ist schon eine fertige Maus. Okay, die können wir auch erstmal nehmen. Hier hab ich ja schon ein Maus-Pad. Das heißt, der PC ist dann auch fertig, ne? Okay, alles klar. Da können die schon mal hin. So. Venice hier hat das gesagt. Ah, okay, okay, okay. So, Maus nicht. Share nicht. Maus-Pad. Erstmal das Maus-Pad mitnehmen. Ah, das Ding ist halt... Mein Rucksack ist voll, ne? Wir sollten vielleicht auch demnächst mal einen neuen Rucksack kaufen. So. Mein Rucksack ist voll. Darum kann ich mir jetzt leider hier die Taschen nicht vollstecken. Oh, hier haben wir noch ein Maus-Pad. Okay, okay. Also, ohne Scheiß. Der Laden wird brummen. Ich glaub, wir haben das Spiel jetzt schon durchgespielt. Viel mehr kann man, glaub ich, gar nicht machen, oder? Ich weiß nicht. Das war der Linkshänder-Tisch. Lass mich bitte durch. So. Was haben wir hier noch? Das ist der Stuhl. Hier ist eine Maus. So, dann nehmen wir die Mäuse nochmal mit. So, das heißt, der zweite PC ist jetzt einsatzbereit. Ah, fuck. Da steht diese Frau schon wieder. Da müssen wir mal kurz gucken. Lass wir die einmal freischalten. Bevor die abhaut. Ne? Die muss jetzt richtig viel Kohle bezahlen hier. Ah. Keine Küche, kein Klo. Ja, gut. Klo brauchen wir natürlich auch noch. Das ist wichtig. So, das ist der Stuhl. Wir machen erstmal hier nochmal die Maus. Ah, da sitzt die jetzt. Natürlich sitzt die jetzt auf dem Stuhl drauf, ne? Das ist unglaublich. So. Sehr schön. Dann sprühen wir gleich nochmal ein bisschen. Aber erstmal müssen wir hier alles genehmigen. Und wir müssen den ganzen Zeug, das ganze Zeug auch noch verkaufen, ne? Das ist natürlich... Oh, der Stuhl ist frei. Der Stuhl ist frei. Schnell, schnell, schnell. Sprüh schneller. Hallo, Dani. Moin. Lang nicht, äh, äh, lang nicht mehr hier. Lassi darf mich ignorieren. Oh. Das ist nicht mit Absicht, Leute. Ich kann es nur immer wieder betonen. Dani. Herzlich willkommen. Ich habe auch lange nicht gestreamt, ne? Ich hatte auch Urlaub. Äh, ich hoffe, es geht dir gut. So, der PC... Ich glaube, wir haben es, ne? Jetzt müssen wir noch den ganzen... Den ganzen Schmocken und natürlich nochmal verkaufen. So. Okay. Das heißt, wir werden erstmal die Sprühdosen rausballern hier. Dass wir Platz haben. Ah, das kann ich so gar nicht, ne? So. So, hier nochmal freischalten. Eine Stunde nur. Das ist natürlich jetzt nicht so lange. Aber die Leute zahlen natürlich auch richtig viel Asche dafür.